Ja, halli, hallo, willkommen zurück zu Minecraft, in dieser scheiß Dreckshöhle, diese Creeper-verseuchtete scheiß Dreckshöhle, ich hasse sie, so, ich mach mir, so, dankeschön, die Fackeln hatte ich nötig, jetzt kann ich wieder alles ausleuchten, was ich will, okay, muss ich mir keine Sorgen mehr machen, doch, ich muss mir Sorgen machen, weil die Monster einfach trotzdem kommen, egal von wo, und ich weiß es einfach nicht. Und ich weiß nicht, wo jetzt meine Diabs, ich weiß nur, dass hier schon wieder ein Creeper ist, und ich weiß nicht, wo die immer herkommen, tut mir leid, Leute, ich verstehe es einfach nicht, warum sind hier so viele Creeper, kann mir das irgendjemand mal sagen, das nervt einfach nur, ich hab doch alles echt, bis in den letzten Winkel, hier vielleicht nicht so gut, aber ich geb mir Mühe, alles perfekt auszuleuchten, naja, die Fresse, Fledermaus. Hab, hier, hier hab ich noch nicht so gut ausgeleuchtet, aber ich geb mein Bestes, es zu tun. Also, nehmen wir das Eisen mit. Okay, hier unten war Wasser, hab ich das richtig gesehen, und ich glaub, beim Wasser war es auch richtig. Beim Wasser bin ich richtig, ja. Das sind die Diabs, okay. Upsala. Nein! Äh! Oh, weg mit dem Wasser. So. Da hinten noch nicht, aber da kommt doch kein Creeper rüber. Kein Monster kann doch hier rüberkommen. So, okay. Jetzt. Zack, zack. Oh, ja, geil, Alter. Fünf Diamanten. Sechs Diamanten. Ja! Oh, das, das, da hat sich's, da hat sich's doch ein bisschen gelohnt. Muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, das hat sich schon ein bisschen gelohnt hier. Hier, mich in die Gefahr zu begeben. Mit den ganzen Creepern. Das hat sich schon gelohnt für sechs Diamanten. Kann man, kann man sagen, dass es sich gelohnt hat. So, da, da, hier unten. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich jetzt hier rauskomme. Das ist halt das Problem. Hier ist noch Lava. Ich glaub, hier hab ich schon mal Diamanten abgebaut. Also, Redstone nehmen wir mit. Gold nehmen wir mit. Weiß nicht, wofür ich Gold brauche, aber ich könnte mir mal eine Minenbahn bauen. Mein Cards-System. Ist, glaub ich, auch keine schlechte Idee. Dann nehmen wir noch das ganze Lapis mit. Und dann können wir irgendwann mal aus Redstone, können wir uns bald Blöcke machen. So viel, wie wir haben. Immer noch mal den Kontrollblick, ob nicht doch irgendwelche Monster hier sind. So, jetzt können wir hier alles abgrasen. Wunderbar, Eisen nehmen wir mit. Da sind noch mehr Diamanten. Ich sollte diese Steine verwenden, ne? Zack, 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 zack. Und mit kommen. Ihr kommt mit. Über mir noch. Jawoll. Ach, Diamanten. Geil. Hammergeil. Hammergeil. Sehr, sehr geil. Es läuft gut. Jetzt muss ich nur noch mit dann irgendwie wieder rausfinden. Was ich als sehr schwierig erweisen könnte. Bin ich mir aber noch nicht so sicher. Weil ich nicht weiß, wo es rausgeht. Aber es könnte hier überall rausgehen. Hätten wir vielleicht irgendwo ein Marker setzen sollen. Hier geht es aber nicht raus. Aber hier ist noch Cola. Die nehmen wir mit. Hier ist jetzt Kohle vorkommen. Wenn jetzt kein Creeper kommt und mich in die Lava sprengt. Zur Sicherheit. So. Mich sprengt kein Creeper in die Lava. Das sag ich euch. Nicht beim Cola abbauen. Leute, ne. Das lasse ich nicht mit mir machen. Hier oben ist noch Eisen. Oh ja, das ist eine sehr ergiebige Höhlen-Tour dieses Mal. Acht Diamanten. Haufenweise Eisen, Gold. Das ist gut. Sehr gut. Und mit der Spitzhacke geht das dreimal so schnell. Äh, da ist noch Lapis, Redstone. Zack, hier ist irgendwas nicht ausgeleuchtet. Deshalb gehe ich da jetzt nicht hin. Noch mehr Diamanten. Was geht? Neun Diamanten, Alter. Ich muss die nur wieder irgendwie hier rausbringen. Das ist das Einzige. Und ich weiß noch nicht wo. Weil ich habe hier alles so abgebaut. Ich weiß echt nicht mehr, wo ich hier raus muss. Ich weiß nur, hier ist Lava. Hier ist Dunkel. Aber da kommt kein Creeper durch. So, das Eisen nehmen wir auch mit. 49 Eisen. Das reicht für eine neue Rüstung. Falls diese hier kaputt geht. Auf jeden Fall können wir uns dann noch mehr Werkzeuge aus Eisen machen. So, wo geht es raus? Kann wir es dir mal zeigen? Ja? Bin ich ja eigentlich. Irgendwo. Ja, okay. Hier ist sowas. Hier ist so. Hier lang? Ne, hier habe ich Diamanten abgebaut. Hm. Hier lang? Oh, noch mehr Redstone. Nehmen wir natürlich mit. Für die Level. Und für das rote Zeug. Könnte ich mir echt mal... Ich könnte mir Pistons und so alles bauen. Ich habe es noch eingegeben. Hier, Inch. Inch. Ich höre zumindest ein Skelett. Da ist immer noch Lava. Ich weiß nicht, wie oft ich hier schon vorbeigelatscht bin. Aber hier sieht es gut aus. Ah, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Gefällt mir. Gefällt mir hier. So kann ich die Diamanten wieder sicher zurückbringen. Nachdem ich hier die Kohle abgebaut habe. Oh, ja. Wunderbar. Wunderbar. So. Alles nehmen wir mit. So. Und gleich wieder Level 30. Können wir jetzt noch eine Spitzhacke verzaubern. Obwohl ich... Eine Spitzhacke verzauber ich demnächst wahrscheinlich nicht. Da mache ich erst was anderes. Ich meine, klar. Aber wenn ich jetzt halt nochmal Efficiency bekomme und Unbreaking. Bringt es mir auch nichts. Ich könnte eine Axt oder so verzaubern. Oder irgendwas. So. Hier muss ich jetzt wieder aufpassen. Ich weiß nicht, wie weit ich sie ausgeleuchtet habe. Und wie immer können von jeder Seite. Die ganze Zeit irgendwelche Creeper spawnen. Warum auch immer. Zack. Zack. Das nehmen wir alles mit. So. Alles kommt mit. Setz mir eine Fackel hier rein. Oh. Das ist so geil mit der Pickaxe. Alter. Das ist ja so der Hammer mit der Pickaxe. Da macht es richtig Spaß mit einer verzauberten Pickaxe. Wui. So. Da oben noch weiter. Schau mal wie flott das alles geht. Hier rockzuck ist alles abgebaut. Hier habe ich noch ein bisschen Angst. Aber jetzt nicht mehr. Doch eigentlich schon. Ich habe immer Angst. Angst ist so der ständige Begleiter. So. Das wird so nehmen wir auch mit. Tak. So. Nun ein bisschen was essen. Hier waren die Diamanten. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und hier ist dann fertig, oder? Ja. Hier ist Ende. Da ist das Ende. So. Das wird so. Ich bin voll. Echt jetzt. Ich habe noch einen Puck dabei. Drei Pilze. Ah. Ich habe den ganzen Müll mitgenommen. Scheiße. Kommt. Zwei Schungelkirchen. Zwei werfen wir weg. Dafür können wir den Redstone mitnehmen. Ist wichtiger. So. Das Eisen nehmen wir auch noch mit. So. Alles was wir nicht übersehen wird mitgenommen. Okay. Jetzt muss ich auch mal auf irgendwas anderes verzichten. Zum Beispiel auf sechs Steine. Ja. Nehme ich mir lieber das Eisen mit als die sechs Steine. Habe ich lieber noch sechs Eisen. So. Wo geht es hier lang? Ah. Hier ging es nach oben. Hier war glaube ich noch ordentlich Kohle. Ja. Und der Kohle können wir noch mitnehmen. Mit schleppen. So. So. Ich buddelt mich einfach irgendwie hier hoch. Ich bin. Ach ja. Hier war ich fast unter der Oberfläche. Aber hier. Der soll da weg. Hier ist mein letzter Dev. Okay. Komm. Geh wir wieder runter. Ich mag es hier nicht so. Ah ja. Kann ich nicht mitnehmen. Schade. Au. Au. Okay. Ist hier sonst noch was. Was wir brauchen. Mitnehmen. Das bin ich echt wegen dem Eineisen. Nicht jetzt. Wirklich. In alle Richtungen. Alles abgelaufen. Hier war doch noch irgendwo was. Ja. Nämlich da oben. Kann mich doch noch erinnern. Hier kamen die ganzen Monster her. Hier ist nämlich noch einiges. Unausgeleuchtet. Ich hasse die Höhlen in Minecraft. Die sind immer so groß. So. Okay. Und da kommt schon der Erste. Zack. Zack. Tschüss. So. 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 Oh Gott. So. Ich glaube ich habe es geschafft. Bis zum Ende durchgehalten. Mit der Spitzhacke geht das einfach so gut. Man sollte nur noch Efficiency Spitzhacke verkaufen. Aber an dieser Stelle beende ich die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst Abo und Like da. Noch einen schönen Tag. Tschüss mit euch. Und ciao. Tschüss mit euch. Tschüss mit euch. Tschüss mit euch. Tschüss mit euch.